Teil 1 Einleitung Hallo zusammen und herzlich willkommen zu eurem persönlichen Reiseberater. Heute zeigen wir euch, wie ihr mit Check24 ganz einfach euren Traumurlaub findet. Egal ob ihr Sonne, Strand und Meer sucht, eine Städtereise plant oder Abenteuer erleben wollt, bei uns findet ihr garantiert das passende Angebot. Mit wenigen Klicks könnt ihr aus einer riesigen Auswahl an Reisezielen, Hotels und Flügen wählen. Und das Beste, ihr könnt euch auf unschlagbare Preise freuen, denn wir vergleichen ständig die Angebote der führenden Reiseanbieter. Also, schnallt euch an und lasst euch inspirieren, euer nächster Traumurlaub wartet schon auf euch. Heute stellen wir euch unsere Top 5 Reiseziele für den Sommer vor. Teil 2 Reiseziel 1 Mallorca Mallorca, die größte der Baleareninseln, ist ein Klassiker unter den Urlaubszielen und das aus gutem Grund. Hier findet ihr traumhafte Strände, kristallklares Wasser und eine vielfältige Landschaft. Ob ihr entspannen möchtet, Wassersport betreiben oder die Insel erkunden wollt, Mallorca hat für jeden etwas zu bieten. Besucht die historische Altstadt von Palma, erkundet die Bucht von Palma oder macht einen Ausflug in die Tramontanerberge. Und natürlich dürft ihr euch die leckeren mallorquinischen Spezialitäten nicht entgehen lassen. Mit Check24 findet ihr schnell und einfach das passende Hotel und den günstigsten Flug nach Mallorca. Teil 3 Reiseziel 2 Griechenland Griechenland ist ein Land mit einer langen Geschichte und einer atemberaubenden Natur. Besucht die Akropolis in Athen, entspannt an den Stränden von Santorini oder erkundet die antiken Städten von Olympia. Genießt die griechische Gastfreundschaft, die köstliche Küche und die entspannte Atmosphäre. Mit Check24 findet ihr eine große Auswahl an Inseln und Regionen, die perfekt auf eure Wünsche zugeschnitten sind. Bucht jetzt euren Traumurlaub nach Griechenland und taucht ein in die Welt der Götter und Mythen. Teil 4 Reiseziel 3 Türkei Türkei, wo Orient und Oktzident aufeinandertreffen Die Türkei bietet eine einzigartige Mischung aus antiker Geschichte, türkisfarbenen Küsten und einer herzlichen Gastfreundschaft. Besuche die historische Stadt Istanbul mit ihren beeindruckenden Moscheen und Palästen. Entspanne an den langen Sandstränden der türkischen Riviera oder erkunde die antiken Ruinen von Ephesus. Genieße die köstliche türkische Küche mit ihren vielfältigen Aromen und frischen Zutaten. Mit Check24 findest du eine große Auswahl an All-Inclusive-Hotels, die für Familienurlaub besonders geeignet sind. Teil 5 Reiseziel 4 Italien Italien, Land der Kunst, Kultur und Kulinarik Italien ist ein Traumziel für alle, die Kunst, Kultur und gutes Essen lieben. Besuche die ewige Stadt Rom mit dem Colosseum, dem Pantheon und dem Vatikan. Entspanne an den Stränden der Amalfi-Küste oder erkunde die Kanäle Venedigs. Genieße eine Pizza in Neapel, ein Gelato in Florenz oder einen Espresso in Rom. Mit Check24 findest du eine große Auswahl an Ferienwohnungen und Hotels in allen Regionen Italiens. Teil 6 Reiseziel 5 Kanarische Inseln Kanarische Inseln, Sonne, Strand und Vulkanlandschaften Die Kanarischen Inseln sind das perfekte Reiseziel für alle, die das ganze Jahr über Sonne und Wärme suchen. Entspanne an den schwarzen Sandstränden von Lanzarote oder erkunde die üppige Vegetation von Teneriffa. Besuche den Teide Nationalpark auf Teneriffa und genieße die atemberaubende Aussicht. Probiere die kanarischen Spezialitäten wie Mojo und Papas Arrogadas. Mit Check24 findest du günstige Flüge und Hotels auf allen kanarischen Inseln. Teil 7 Individuelle Reisewünsche Titel, Dein Urlaub, Deine Regeln, Individuelle Reisepakete mit Check24 Hier zeigen wir, wie flexibel das Buchen mit Check24 ist. Beispiel, egal ob du einen entspannten Badeurlaub, eine actionreiche Abenteuerreise oder eine kulturell inspirierende Städterreise bevorzugst, bei uns findest du das perfekte Angebot für dich. Individuelle Flugwahl Wähle deinen Lieblingsflughafen, deine bevorzugte Fluggesellschaft und sogar deinen Sitzplatz. Hotelfilter, Finde das Hotel, das perfekt zu deinen Bedürfnissen passt, All-Inclusive, Familienhotel, Wellnesshotel und vieles mehr. Zusatzleistungen, Buche Mietwagen, Ausflüge und Versicherungen direkt dazu. Teil 8 Inspiration und Reisetipps Titel, Lass dich inspirieren, Reiseziele für jeden Geschmack Hier präsentieren wir weitere spannende Reiseziele und geben Tipps für die Reiseplanung. Exotische Ziele, Entdecke die faszinierende Kultur und Natur Asiens oder erkunde die wilden Landschaften Afrikas. Saisonale Tipps, Finde die besten Reiseziele für jede Jahreszeit und spare dabei. Reiseberichte, Lass dich von den Erfahrungen anderer Reisenden inspirieren. Teil 9 Vorteile von Check24 Titel, Warum Check24? Deine Vorteile im Überblick hier heben wir die Vorteile von Check24 gegenüber anderen Reiseportalen hervor. Große Auswahl, Vergleiche Millionen von Angeboten und finde das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sicherheit, Buche sicher und bequem von zu Hause aus. Kundenservice, Unser Kundenservice steht dir bei Fragen jederzeit zur Verfügung. Flexibilität, Ändere oder storniere deine Buchung einfach und schnell. Teil 10, Call to Action Warte nicht länger. Buche jetzt deinen Traumurlaub. Zusammenfassung, wir haben dir gezeigt, wie einfach und unkompliziert das Buchen deines nächsten Urlaubs mit Check24 ist. Teil 10, Call to Action